Ich glaube, dass wir mit der Musik irgendwo das Leben widerspiegeln. Das Auf und Ab, Freude und Leid. Und so ist ja auch das Programm, das Musikprogramm gestaltet. Es sind Dinge dabei, wo man sich unterhalten kann, ganz banal. Aber auch Dinge, die uns aufzeigen, was uns bedrückt. Die Schwierigkeiten des Lebens und mit Musik entsprechend aufbereitet, kann man eben diese Dinge nachvollziehen. Und das geht ins Herz und das spüren die Menschen. Die Bilderbuchwelt, in der die Musiker zu Hause sind, hat ihnen die Herausforderungen des Lebens nicht erspart. Gerade deshalb glauben sie fest an den Titelsong ihrer neuen CD. Träume sind stärker. Als junge Band träumt man ja immer davon, dass das irgendwann einmal vielleicht auch erfolgreich wird. Und somit ist das ein Traum gewesen, der zu großen Teilen in Erfüllung gegangen ist. Ich habe sogar das Glück zu sagen, ich habe sehr viele Träume gehabt und sehr viele haben sie erfüllt. Und es gibt auch Träume, die ich noch gar nicht gehabt habe, die sie bereits erfüllt haben. Zum Beispiel eine liebe Frau, zwei urliebe Kinder. Und dann habe ich noch den größten Traum gehabt, die wollen Musiker werden, das bin ich heute. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Träumen. Es gibt auch die Wunschträume. Und wenn ich jetzt auf unsere Musik beziehe, das war sicher ein Wunschtraum. Ich hätte mir das nicht so vorstellen können, dass es einmal so laufen würde. Das ist so gut, was sie sagen. Aber es hat eben, wenn man so ein Traum erfüllt wird, da gibt es auch viele, viele Menschen, die mithelfen. Die darf man nicht vergessen. Und das ganze Wichtigste sind unsere Fans. Ich sage immer, das ist so, wenn ein großes Haus, ein schönes Haus nützt nichts, wenn das Fundament nicht passt. Und das Fundament, das sind unsere Fans. Wenn man ein gutes Fundament hat, da können schon ein paar Erdbeben kommen. Mein ganzes Leben basiert auf Träumen. Also mit 18 Jahren vom Gymnasium einfach abzuhauen, um den ganzen Tag im Proberaum zu sitzen und zehn Stunden am Tag zu üben, anstatt zur Schule zu gehen, das ist doch damals in den Augen sehr vieler meiner Mitschüler und meiner Miterwachsenen natürlich absolute Träumerei und Spinnerei gewesen. Und es hat auch immerhin, selbst danach immer noch, 18, ja, auch über zehn Jahre gedauert, bis sich diese Rechnung aufgegangen ist. Also das, glaube ich schon, sich an einen Traum zu klammern und dass sich dieser Traum bei mir erfüllt hat, sieht man ja heutzutage. Ich träume eigentlich von meinem Bühnenleben. Das ist eigentlich mein Beruf. Ich träume auch, dass ich von meiner Familie, dass ich sagen kann, es ist alles okay. Viele würden sagen, es ist ein Schmäh, aber das ist kein Schmäh. Die Stärke eigentlich geben dir die Fans und die Familie, weil wenn das nicht ist, dann würden wir abstürzen. Freunde, jetzt geht's los. Das ist ein Schmäh. Ja, danke. Ja, klar. Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Empfang für die Schürzenjäger im kleinen Kreis der Insider im Sommer 1995. Anlass, die erste goldene Schallplatte in Deutschland. Auch das ist ein Traum, den sie länger als 20 Jahre immer wieder geträumt haben, außerhalb Österreichs ebenso erfolgreich zu werden wie in ihrer Heimat. Peter, komm, du bist derjenige, der als erster die Freude haben soll. Nun staunen auch die Kritiker, die sie jahrelang in eine viel zu enge Schublade gesteckt haben. Und das oft, ohne sie je selbst gehört zu haben. Es war ein langer Weg für die Schürzenjäger bis zu diesem Augenblick. Und wie steinig er oft war, das wissen nur sie allein. Inzwischen bekennen sich die Leute in Deutschland zu der Musik, die sie mögen. Es ist nicht mehr eine Frage, traue ich mich oder traue ich mich nicht. Und zu den Schürzenjägern bekennen sich inzwischen die Unterschichten, die Mittelschichten und die Oberschichten. Es ist die Möglichkeit, Begeisterung zu übertragen. Die Möglichkeit der Schürzenjäger, Tausende und Abertausende von Leuten zu begeistern mit ihrer Musik. Das ist eigentlich, was mich am meisten fasziniert. Frankfurt am Main, im Sommer 95. Erwartungsvoll strömen Tausende in die Festhalle auf dem Messegelände. Hier treten die ganz Großen auf. Tina Turner war hier, Elton John, Bon Jovi, Phil Collins und an diesem Abend die Schürzenjäger. Wie bei jedem Konzert zeigen viele Fans ihre Verbundenheit durch ihre Kleidung. Der rosa-rote Adler wirft inzwischen auf mehr als 500 Artikeln für die Band. Auch für die Schürzenjäger ist das ein ganz besonderer Abend. Nach langen Jahren in Zelten oder auf kleinen Bühnen, nun hier.